Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 67.150 US-Dollar. Zwei Sachen, ich hasse Bitcoin. Zweite Sache, ich hasse Bitcoin. Also die Trades, die wir gestern geplant haben, wären 1 zu 1 perfekt eigentlich so aufgegangen. Nur wir haben uns die Long-Position hier unten nicht mehr geholt. Das heißt, wir sind nicht mehr hier unten mehr in den Bereich der 64.600 US-Dollar reingekommen. Deswegen keine Long-Position und daraufhin, wenn wir keine Long-Position offen haben, wollte ich jetzt auch nicht diesen Short hier oben riskieren. Der wäre jetzt aber auch schön gelaufen. Ist halt so, wir werden das jetzt nochmal ganz genau besprechen. Im heutigen Update-Video gibt es ja noch ein bisschen mehr zu besprechen, wie unseren Gold-Trade. Da sieht es ein bisschen besser aus. Und Euro, aber den hasse ich mittlerweile auch ziemlich. Also, bevor wir starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt und immer die neuesten Updates haben wollt. Und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr die neuesten Infos alles direkt rein. Also, Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da noch eine Börse zum Trading sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr Crypto, Forex und natürlich auch die Stockmärkte alles traden. Und habt auch mit unter die niedrigsten Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ich würde sagen, wir gehen rein. Momentan 66.800 US-Dollar. Aber wir sehen, wir haben jetzt hier einen leichten Abverkauf reinbekommen, nachdem wir hier perfekt ins Golden Pocket reingehittet sind. Muster gültig eigentlich nur. Wie gesagt, wir hatten gestern leider nicht mehr die Chance, hier unten einen doppelten Boden zu bilden. Gestern im Video haben wir ja darüber gesprochen. Ich hätte gerne einen doppelten Boden mit sogar einer möglichen Divergenz. Es wäre ja egal gewesen, ob die hier zu minimal gewesen wäre. Aber eine Divergenz wäre schön gewesen. Daraufhin dann mit doppelten Boden perfekt ins Golden Pocket hier oben rein. Wir haben die Ineffizienz gefischt. Also eigentlich alles komplett mustergültig. Plus wir sind hier oben in dieser Mini-Supply-Zone erst einmal rejected worden. Also mustergültige Bewegung eigentlich bei Bitcoin. Wie gesagt, gestern gab es kein Signal mehr, weil ich hier eigentlich den doppelten Boden wollte mit der Divergenz. Ist nicht so gekommen. Deswegen dann auch nicht dieser Short Trade, weil mir das dann ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen zu riskant war. Wenn wir dann hier schon so eine impulsive Bewegung nach oben hin hatten, hätten wir natürlich mit einer offenen Long-Position daraufhin auch eine Short-Position aufmachen können. Mit einfach nur 50% der Positionsgröße. Alles easy peasy, weil wir dann überhaupt kein Risiko mehr haben, weil die Long ja nebenbei noch laufen würde. Aber das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Und ich bin momentan sowieso, das ist euch vielleicht auch schon ein bisschen aufgefallen, momentan ein bisschen mehr so auf dieser Safety-Phase. Vor allem bei Bitcoin. Weil Bitcoin mir momentan überhaupt nicht trade-technisch gefällt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass teilweise die Golden Pockets nicht abgeholt werden. Wir haben darüber gesprochen, dass teilweise die Ineffizienzen nicht geholt werden. Und was weiß ich was, da fehlt mir momentan einfach so ein bisschen dieser Rhythmus da drin, dass hier alles relativ in Anführungszeichen normal läuft. Und so sieht es momentan nicht aus. Wie gesagt, wir haben jetzt hier erstmal ein tieferes Hoch gebildet. Das heißt grundsätzlich sind wir jetzt weiterhin in einer Abwärtsbewegung. Wenn wir uns das in einem 4-Stunden-Timeframe anschauen, hatten wir den ersten Abverkauf mit einem tieferen Hoch. Jetzt den zweiten Abverkauf natürlich nicht mit einem tieferen Tief. Aber trotzdem, in dieser kleinen Bewegung haben wir jetzt ein tieferes Hoch gebildet. Sorry, ein tieferes Hoch gebildet. Und sehen jetzt hier wieder den nächsten Abverkauf. Support-technisch ist es eigentlich relativ easy. Wir ziehen uns hier jetzt mal das FIP-Level, machen das alte FIP-Level aber hier mal weg. Das dient einfach nur der Verwirrung. Da sehen wir, dass wir jetzt direkt wieder im Support sind bei 66.400 US-Dollar. Das heißt, die ganze Gesamtbewegung, die wir gestern hier innerhalb von ein paar Stunden gemacht haben, ist schon wieder hinfällig. Das heißt, wir haben die ganze Liquidität jetzt hier erstmal abgegrast. Sollte sich das hier halten, wäre es vielleicht nochmal eine ganz, ganz enge Long-Möglichkeit, hier reinzugehen. Problematisch, Stop-Loss-technisch sind es trotzdem 2%, die wir hier wieder runter müssten. Aber es wäre eine Chance, sage ich mal, sollte irgendjemand jetzt gestern nochmal Long gegangen sein, trotz kein Signal von mir oder sowas, könnte hier versuchen zumindest mal zu verdoppeln. Aber Stop-Loss dann auf Entry, dann sollte das so grob hier passen. Ansonsten würde ich absolut die Finger davon lassen. Es ist hier eine Chance, mehr aber auch meiner Meinung nach nicht, weil wir hier ein bisschen Bewegung drin hatten. Jetzt die Gesamtbewegung von gestern. Und dann kommt es darauf an, ob wir dann genug Power kriegen, um auch ein höheres Hoch zu bilden oder ob es sich dann in einer Art Doppeltop hier im Laufe des Tages dann ausspielt und wir weiter abverkauft werden. Die Stock-Märkte haben zum Beispiel schon ihren ersten Abverkauf gesehen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das könnte sich natürlich an den Kryptomärkten auch nochmal etwas bemerkbar machen. Ansonsten lasse ich hier jetzt momentan die Finger. Wir haben jetzt eh Wochenende. Ich würde jetzt hier nichts überstürzen. Die zwei Trades, wie gesagt, waren schon gedacht, aber gut, ist halt jetzt im Endeffekt so. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kotze mich selber ein bisschen an, aber gut, so ist es halt. Ansonsten würde ich sagen, Bitcoin erstmal abgeschlossen. Finger weg, wenn ihr hier in die Chance wollt, dann nehmt das. Aber Risiko ist halt 2%, ist mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier hat sich eigentlich nichts geändert. Ich warte hier auch noch auf den größeren Abverkauf. Da haben wir aber gestern schon drüber gesprochen. 3035 bis ungefähr 3110. Das ist die grüne Box. Die würde ich gerne nochmal holen, um eine Long-Position zu machen. Und dann hätten wir theoretisch, auch wenn wir uns das mal ganz kurz so grob angucken, auch einen schönen großen doppelten Boden, der dann möglicherweise mit dem Bitcoin-Halving, was ja auch jetzt dann in den nächsten Tagen, ihr wisst schon, was ich meine, ansteht, vielleicht dann so ein kleiner Katalysator sein könnte. Und Ethereum, ETF soll ja auch noch irgendwie im Hintergrund laufen. Also könnte eine der letzten Möglichkeiten sein. Ansonsten, wenn diese Zone bricht, dann glaube ich, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nochmal Richtung 2500 US-Dollar runterfallen. Aber das sind so die nächsten Kaufzonen, einfach auch für Spot-Möglichkeiten. Aber hier vor allem achte ich vor allem auch auf die Trade-Möglichkeit. Nicht nur Spot, sondern auch auf die Trade-Möglichkeit. Gehen wir rüber, womit fangen wir an? Fangen wir an mit Gold, weil da sieht es ein bisschen besser aus. Gold hat ersten Take-Profit geholt, also Glückwunsch, wer da gestern in den Trade reingegangen ist. Klar, Risk war ein bisschen hoch, aber völlig Wurst. Wir haben den ersten Take-Profit genommen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Golden Pocket derzeit, also das ehemalige Golden Pocket, weil wir schon durchgefallen sind, momentan so ein bisschen als Widerstand anerkannt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Noch besser wäre es jetzt, also wie gesagt, wenn ihr jetzt hier den ersten Take-Profit genommen habt, würde ich den zweiten Take-Profit dann, ja, hier unten bei 2250 bis 2246, können wir mal einzeichnen, diese Zone, weil hier nochmal signifikante Lows sind in diesem Bereich und es hier einigermaßen oder sehr, sehr viel Liquidität noch zu holen gibt. Also der läuft gut auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass der so weitergeht. Also Stop-Loss auf jeden Fall Entry. Das ist nur so zur Info, wir haben ja gestern ein ziemlich gutes Top hier erwischt mit Bearish Divergence und sowas. Passt perfekt. Deswegen momentan, ich bin mehr Fan jetzt ohne Scheiß von Gold und Forex als von Bitcoin momentan. Gefällt mir einfach nicht. Den Trade lassen wir offen, brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen. Nächster Take-Profit ist bekannt. Also da hoffen wir mal vielleicht, dass er noch jetzt im Laufe des Tages kommt, damit wir nicht so viele Gebühren da noch haben und sowas. Aber gut, wird sich zeigen. Gehen wir jetzt rüber zum Euro, wo haben wir denn, wo haben wir Euro gegenüber US-Dollar. Da gestern auch perfekt zweite Short-Order abgeholt. Das heißt, wir hatten ja schon die Short-Position hier oben, die wir hier perfekt abgeholt haben. Zweite Short-Order wurde jetzt hier abgeholt. Das heißt, die Verdopplung wurde abgeholt. Das heißt, unser Entry aber auch verschiebt sich hier etwas und dürfte jetzt hier grob, glaube ich, bei 1,09 Euro jetzt einfach mal ganz grob sein. Ich würde jetzt aber auch hier an eurer Stelle jetzt auch schon jetzt nach der Verdopplung, würde ich jetzt hier auch die ersten Profite jetzt einfach mal nehmen. Wir haben jetzt die Ineffizienz hier noch vor uns. Das heißt, bei 1,079 würde ich dann den zweiten Take-Profit nehmen und den dritten würde ich dann hier unten kurz vor dem Tief nehmen. Aber da können wir dann nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass wir heute so einen radikalen Abverkauf sehen. Aber gut, wer weiß, ich möchte die Take-Profits nur gesagt haben, auch hier top abgeholt, da funktioniert es. Auch wenn wir immer noch, das hier unten, das kotzt mich immer noch ein bisschen an, muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir unten nicht mehr die Long noch erwischt haben. Wäre halt auch für diese Woche nochmal geil gewesen, wenn wir hier perfekt unten reingegangen wären, wären es auch nochmal mit einem Fünferhebel auch 7, 8% gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben so im Endeffekt. Aber gut, zwei Trades laufen jetzt. BTC, ja BTC, beide Trades verkackt, nicht verkackt, aber halt wurden halt nicht abgeholt. Und jetzt gehen wir nochmal an die Stockmärkte. Da sieht es auch nicht gut aus, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe ja eigentlich nochmal gehofft, dass wir hier nochmal Richtung 5.320 US-Dollar hochgehen. Ist momentan oder macht momentan nicht den Anschein. Und wir haben ein tieferes Tief gebildet. Also momentan sieht das nicht gut aus. Eventuell, aber das werden wir heute nicht mehr machen. Das werde ich euch jetzt schon mal sagen. Wir werden heute Freitag nicht in irgendwelche Stocktrades reingehen. Eventuell, dass wir sagen, okay, wir shorten hier nochmal dieses Tiefere hoch. Das heißt hier zwischen 5.213 und 5.233. Das wäre nochmal eine Möglichkeit meiner Meinung nach. Einfach um die Ineffizienz nach oben hin nochmal aufzufischen. Und dass wir dann möglicherweise nochmal deutlich weiter nach unten abrutschen. Vielleicht hat das hier oben, stört mich immer noch so extrem, dass wir hier nicht genau die Bullfleck abgeholt hätten. Aber gut, ist so. So, ansonsten würde ich die Finger von dem Gesamtmarkt erstmal lassen. Wenn ihr euch mal Nasdaq anguckt, auch hier eigentlich nur Seitwärtsphase. Auch wenn wir hier diese Range jetzt auch erstmal verlassen haben, beziehungsweise unseren Abtrend, ist das Ganze hier seit Wochen nur Range. Also beim S&P 500 sieht es dramatischer aus, als es im Endeffekt bei den anderen Stockmärkten ist. Also das sieht man hier ganz gut, das ist einfach eine Range, die wir hier bilden. Oder seit Ende Februar jetzt bilden, seit über vier Wochen. Und wenn wir uns dann auch den Dow Jones auch mal dazu angucken, ist das Ganze nur ein bisschen größer. Einfach, dass wir hier nochmal dieses Fake-Out mit Doppeltop nach oben hin hatten. Und ansonsten jetzt auch erst einmal hier ausgebrochen sind. Also ich würde hier, ist jetzt nichts geplant, was wir heute im Laufe des Tages noch machen. Da müssen wir erst nochmal gucken, wie jetzt so die nächsten Tage verlaufen, Anfang nächster Woche. Vielleicht kriegen wir hier nochmal so einen Hit. Andererseits haben wir dann hier oben auch noch die Ineffizienz bei 40.000 Punkten. Also da muss man schon extrem aufpassen. Und das Risiko möchte ich heute auf jeden Fall nicht mehr eingehen. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das heutige Update-Video. Take Profits sind bekannt. Bitcoin-Plan steht. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Vielleicht kommt später noch ein XRP-Update. Die haben jetzt einen zweiten Stablecoin rausgebracht. Aber schauen wir mal. Ja, ich hoffe, ihr versteht den Spaß. Ne, schauen wir einfach mal. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Später kommt auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr Bock habt. Gebt euch die gerne. Und dann war es das von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Cript.